Hartmut Rosa ist ein deutscher Soziologe und Politikwissenschaftler, der an der Friedrich-Schiller-Universität Jena lehrt. Dem Max Weber-Kolleg der Universität Erfurt als Direktor vorsteht und die Fachzeitschrift Heime und Society mit herausgibt. Leben Hartmut Rosa legte 1985 am Hochrhein-Gymnasium Waldshut die Abiturprüfung ab, leistete seinen Zivildienst und begann 1986 an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Preis Gau Politikwissenschaft, Philosophie und Germanistik zu studieren. Das Wintersemester 1988-1989 verbrachte er mit einem Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes an der London School of Economics and Political Science. Nach seinem MA-Abschluss mit Auszeichnung 1993 in Freiburg schrieb er seine Dissertation Identität und kulturelle Praxis Politische Philosophie nach Charles Taylor mit der er 1997 an der Humboldt-Universität zu Berlin mit dem Prädikat Summa Cum Laude zum Dr. R. R. SoC. promoviert wurde. Seit 1988 war Rosa mehrmals zu Studienzwecken in den USA, unter anderem arbeitete er 1995 als Forschungsassistent im Department of Government Center for European Studies der Harvard University. Außerdem erhielt er ein Theodor-Lünen-Forschungsstipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung 2001 bis 2002 für die Arbeit als Gastprofessor an der New School University in New York. Seit 2002 ist er dort als Gastprofessor affiliiert. Des Weiteren war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Politische Wissenschaft III der Universität Mannheim und als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena tätig. 2004 habilitierte er sich dort mit der Studie Soziale Beschleunigung, die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne für Soziologie und Politikwissenschaft. Im Sommersemester 2004 vertrat er einen Lehrstuhl für Politikwissenschaft, politische Theorie an der Universität Duisburg-Essen und im Wintersemester. 2004, 2005 sowie im Sommersemester 2005 hatte er die Lehrstuhlvertretung für politische Wissenschaft an der philosophisch-sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg-Inne. Seit 2005 ist Hartmut Rosa Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 2006 erhielt er den Forschungspreis für Grundlagenforschung des Landes Thüringen. Rosa ist seit 2011 Sprecher der DFG-geförderten Kolleg-Forscher-Gruppe Landnahme-Beschleunigung-Aktivierung an der Universität Jena. Im September 2013 begleitete er den Bundespräsidenten Joachim Gauck als Staatsgast auf dessen Frankreich-Reise. Seit Oktober 2013 ist Rosa Direktor des Max-Weber-Kollegs für Kultur- und Sozialwissenschaftliche Studien der Universität Erfurt. Forschungsschwerpunkte Rosa hat nach eigener Aussage vier Forschungsschwerpunkte. Zeit-Soziologische und moderne theoretische Untersuchungen bilden die Basis seiner Habilitationsschrift Soziale Beschleunigung. Die Veränderung der Temporalstrukturen. Die technische bzw. ökonomisch induzierte Beschleunigung zeigt sich in der rasanten Entwicklung der Technik im 19. 20. Jahrhundert und der sozialen Beschleunigung der Menschen. Die Geschichte der Moderne sei gleichzeitig die Geschichte von Beschleunigung. Aufgrund des Zeitgewinns durch technischen Fortschritt entstehe eine Zeitnot und keine Zeitgewinn. Laut Rosa führt die Vielzahl der Möglichkeiten dazu, dass ein Mensch die ihm gegebenen Möglichkeiten nicht mehr im Laufe seines Lebens ausschöpfen kann. Die Steigerungsrate übersteigt die Beschleunigungsrate, was dazu führt, dass das gerade Erlebte bereits nicht mehr up-to-date ist und die Individuen keine Chancen haben, lebensgesättigt zu sterben. Wie es auch schon Goethes Faust erging. Rosa kreiert das Slippery-Slob-Phänomen. Demnach darf oder vielmehr kann der Mensch sich nie ausruhen und sich nie zufrieden geben, da er sonst mit einem Verlust oder Nachteil rechnen müsste. Rosa sieht keine Steuerungsmöglichkeiten des Lebens für den Menschen mehr, da sich das Tempo der Beschleunigung verselbstständigt habe. Die Kommunitarismus-Debatte. Zu diesem Themenbereich gehört auch seine Dissertation über den kanadischen Philosophen Charles Taylor. Bildung von Mobilisierungsressourcen. Die Frage, woraus sich in der allgemeinen Entwicklung moderner Gesellschaften, vor allem die der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, Mobilisierungsressourcen bürgerlichen Engagements bilden können, und welche politische Gesinnung wahrscheinlicher in einem ehrenamtlichen oder zivilgesellschaftlichen Engagement resultiert, stellt den dritten Forschungsschwerpunkt. Laut Rosa erzeugt die Identifizierung mit dem Staat Mein Land eine moralische Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass dieser Staat richtig handelt. Um dies gewährleisten zu können, müsse man sich selbst dafür einsetzen. Die Metatheorie in der Wissenschaftstheorie der Sozialwissenschaften aus einer ideengeschichtlichen Perspektive. Dabei betont er die Verdienste der sogenannten Cambridge School, deren Angehörige in seinen Augen das Bewusstsein für methodische Fragen und theoretische Voraussetzungen im Umgang mit der Ideengeschichte geschärft und dabei eine fruchtbare methodologische Diskussion eröffnet hätten. Rosa fordert eine Hinterfragung politischer Theorien bezüglich ihres Inhalts und ihres Wirkens. Das bedeutet die Untersuchung von Traditions- und Diskussionszusammenhängen sowie normativer oder ideologischer Implikationen, in denen er das zentrale Anliegen einer kritischen Begriffsgeschichte sieht. Dieser Forschungsschwerpunkt fügt seine vorangegangenen Themenbereiche zusammen. Rosa sucht neue Verbindungen zwischen der aktuellen Gesellschaftstheorie mit zeitdiagnostischen Analysen und einer normativen, kritischen Sozialphilosophie, deren Basis er in der Verknüpfung von Politik, Identitäts- und moderne theoretischen Überlegungen sieht. Schriften, Monographien, Identität und kulturelle Praxis. Politische Philosophie nach Charles Taylor. Dissertation. Campus, Frankfurt am Main, New York 1998. Beschleunigung. Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. Surkamp, Frankfurt am Main 2005. Mit Stefan Lesnig und Klaus Dörre. Soziologie, Kapitalismuskritik. Eine Debatte. Surkamp, Frankfurt, Main 2009. ISBN 9783518295236. Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung. Surkamp Verlag Berlin 2012. ISBN 9783518295779. Beschleunigung und Entfremdung. Entwurf einer kritischen Theorie spätmoderner Zeitlichkeit. Surkamp, Frankfurt am Main 2013. ISBN 9783518585962. Punkt. Mit Wolfgang Entriss. Resonanzpädagogik. Wenn es im Klassenzimmer knistert. Belz, Weinheim, Basel 2016. ISBN 9783407257512. Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung. Inhaltsverzeichnis. Surkamp, Frankfurt am Main 2016. ISBN 9783518586266. Beiträge in Sammelwerken, Integration, Konflikt und Entfremdung. Die Perspektive des Kommunitarismus. In Hans-Joachim Giegel. Konflikt in modernen Gesellschaften. Frankfurt am Main 1998. S. 202-244. Die prozedurale Gesellschaft und die Idee starker politischer Wertungen. Zur moralischen Landkarte der Gerechtigkeit. In Herfried Münkler, Markus Jank. Konzeptionen der Gerechtigkeit. Baden-Baden 1999. S. 395-423. Politisches Handeln und die Entstehung des Neuen in der Politik. In Harald Blum, Jürgen Gebhardt. Konzepte politischen Handelns. Kreativität, Innovation, Praxen. Nomus Baden-Baden 2001. S. 23-42. Zwischen Selbstthematisierungszwang und Artikulationsnot. Situative Identität als Fluchtpunkt von Individualisierung und Beschleunigung. In. Jürgen Straub, Joachim Renn. Transitorische Identität. Der Prozesscharakter des modernen Selbst. Campus Frankfurt am Main, New York 2002. S. 267-302. Mit KU. Main. Bürgerbewusstsein und Demokratie in Mittel- und Osteuropa. Zum Zustand der politischen Kultur in den postsozialistischen Staaten. Punkt. Glaugs Verlag, Jena 2005. Acceleration. In. Philippe Xavier, Frank Guarnieri. Dictionnaire des RISQ-Vers Psychoso Show. Editions du Soil, Paris 2014. S. 14-15. Resonance. In. Philippe Xavier, Frank Guarnieri. Dictionnaire des RISQ-Vers Psychoso Show. Editions du Soil, Paris 2014. 14 S. 647-649.